Willkommen zu einem ganz besonderen Projekt, ich verfolge es schon seit der Entwicklung und ich bin schon sehr gespannt drauf, ob ich ins Ziel komme und welche Hindernisse ich dabei überwinden muss. Bis jetzt hat es sich schon mal angespielt. Okay, spürst du auch dieses Verlangen aneinander, 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 ich bin gerade so fasziniert davon, von dieser Schönheit, wie grazil diese Finger und wie lang die sind. Oh, darf ich die anfassen? Oh, sehr zärtlich zu mir. Oh, nein. Ei, ei, ei. Was ist das nur für eine schöne Erfahrung, die ich hier machen darf mit euch. War das dein erstes Mal? Okay, was kommt jetzt? Langsam wird so ganz kribbelig in mir. Oh, ja. Oh, ich dachte, er ist eingedrungen. Oh, nein. Es wird geschützt. Immer geschützt vorgehen, ja. Au. Ähm. Nein. Nein. Leber. Ah, Leber. Ja. Ja. Wie geht's dir? Zeig mir an dieser Puppe, wo er sich unsäglich berührt hat. Hier. Und dann hier. Fü- Keine Lust mehr? Na los. Ich bin doch ein Mal. Oh. Rein mit dir. Ein Schalter. Okay. Weiß schon jemand, was dir geht? Was? Ach so, Hölle. Was? Oh. Du bist. Nein, du bist. Du bist. Du bist. Kommt, kommt euch näher. What the fuck? Und? Ah, lass mich dich nochmal berühren. Oh. Hey, es geht zu weit, hey. In den Fachschul langsam, kleiner Sch... Und? Jetzt du. Rein, schnell! Trock auf, Klöppchen! Oh, nochmal. Ja. Ich hab jetzt kein Interesse jetzt, RTL zu produzieren. Äh. Genau. Und zwar... War das... Genau. Genau. Und dann nimmt man das hier raus. Und steckt das da rein. Und so bist du geboren. Wollt's? Ah. So. Hallo. Bye. See you. Hallo. Kenne ich dich? Kennst du mich? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich glaube, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich denke, du möchtest mich nicht. Ich weiß, ich liebe dich. Ich bin nicht sicher. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es tut dir. Ich bin weg. Nein. Oh. Okay, jetzt wieder die dran ziehen. So. Oh ja. Das hört mich so an. Oh ja. Affi dich. Äh. Äh. Okay. Nein, nein, nein. Du hast nicht. Okay. Geht halt ran. Du bist. Mein Stern. Mhm. Was mache ich jetzt damit? Äh. 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 Los. Äh. 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 Äh äh ähm. Äh 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 äh. Äh. Äh äh äh. Ah, da sind die... Äh. Äh. Pass auf, was du tust. Und verletzt du dich noch. So einfach geht das aber nicht, mein Freundchen. So einfach... Okay, steck, steck ihn rein. Och ne. Das ist das Ende. Das ist das fucking Ende.